Er kommt an Laut als kreuz ich die, doch er kommt an. Hallo, mein Name ist Clemens Bittlinger, ich bin Liedermacher und evangelischer Pfarrer und ich möchte in dieser K-Woche jeden Tag ein Lied vorstellen, das ich geschrieben habe und kommentieren und etwas dazu erzählen. Das Lied Er kommt an und kommt nicht an, habe ich im Jahr 1990 schon geschrieben. Damals war ich WK in einer Gemeinde hier im Odenwald und habe mit Konfirmanden ein Projekt gemacht in der Adventszeit. Ich habe die Konfis mit Webcams in die Fußgängerzone geschickt und sie sollten die Leute fragen, ja wir befinden uns ja in der Adventszeit und Advent heißt ja Ankunft und wir wollten mal fragen, wer denn oder was bei Ihnen so ankommt. Und dann kamen die unterschiedlichsten Antworten von den Leuten, manche haben gesagt, ja ich finde, was weiß ich, Harpe Kerkeling ganz toll oder Otto Walkes oder ich finde unseren Bundeskanzler ganz toll, damals gab es ja noch einen Bundeskanzler. Also ganz unterschiedliche Antworten, natürlich kam die Antwort, Jesus kommt an, überhaupt nicht. Das haben aber die Konfirmanden dann nachgefragt, die haben gesagt, naja Adventszeit heißt doch, Jesus kommt an, kommt denn Jesus auch bei Ihnen an? Und dann waren die Antworten doch schon sehr verhalten und differenziert, aber manche haben gesagt, naja schon irgendwie jetzt in der Adventszeit, aber da muss ich erstmal drüber nachdenken. Er kommt an und kommt nicht an, war aber die Situation nach dem Palmsonntag, als Jesus in Jerusalem eingezogen war und die Leute ihn zunächst bejubelt haben, aber man nach und nach gemerkt hat, dass Jesus die Erwartungen, so wie sie die Menschen an ihn hatten, nicht erfüllen wollte und auch nicht erfüllen konnte. Jesus hatte nicht in erster Linie eine politische Vision. Er hatte nicht in erster Linie die Vision, ein Friedensreich anbrechen zu lassen, das die Römer aus Jerusalem verbannen würde, sondern das Reich Gottes, von dem er sprach, war ein Reich, das im Inneren, im Herzen eines Menschen begonnen hat. Seine Jünger haben ihn ja mal gefragt, wo ist es denn, dieses Reich Gottes, wo bricht es denn an? Und Jesus hat gesagt, naja, man wird nicht sagen, das Reich Gottes ist hier oder dort, sondern es ist inwendig in euch. Das heißt, da, wo ein Mensch sich von der Liebe, von der Fürsorge für andere, von der Liebe Gottes in seinem Herzen verändern lässt, wird sich auch seine Umwelt verändern. Er kommt an und kommt nicht an. Ich sing mal die zweite Strophe. Er kommt an und kommt nicht an, bei so vielen Menschen, weil er nicht erfüllen kann, was sie sich von ihm wünschen. Er ist nicht der große Held, der mit Schwert und Macht alle Menschen führt ins Feld und bläst zur letzten Schlacht. Doch er kommt an. Jesus ist also nicht derjenige, der bläst zur letzten Schlacht, der politischen Aufruhr predigt und anstiftet, sondern der auf seine ganz eigene Weise ankommt in den Herzen der Menschen. Es gab mindestens einen Jünger in dem Kreis seiner Jünger, der das missverstanden hat. Der nach wie vor sehr, sehr stark davon ausging, dass dieser Jesus eine politische Vision hatte. Dass von diesem Jesus ein politischer Umsturz ausgehen würde. Dieser Jünger hieß Judas. Und dieser Judas war ein Netzwerker. Dieser Judas war im Kreis der Jünger das, was wir heute zum Beispiel unter dem Namen Anselm Grün verstehen. Anselm Grün war der Kämmerer, der Schatzmeister seines Klosters. Diese Rolle hatte Judas. Er war vielleicht der Jünger, dem Jesus auf seine eigene Weise ganz eigen vertraut hat. Und Judas war vielleicht der Jünger, der Jesus auf seine eigene Weise ganz besonders ernst genommen hat. Doch als dieser Judas merkte, dass es mit dem Reich Gottes, so wie er sich das vorstellte, nicht so richtig in die Gänge kam, wollte er wohl das Ganze herausfordern. Er wollte sehen, was dieser Jesus drauf hat. Und deshalb hat er sich verleiten lassen, Jesus in einer einsamen Stunde auszuliefern an die hohen Priester, die seiner habhaft werden wollten, die dieser Mann aus Nazareth störte mit seinen Predigten, mit seinem Gerede vom Reich Gottes. Sie fanden es gefährlich und sie fanden es blasphemisch, dass da einer behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Er kommt an und kommt nicht an. Er kommt an und kommt nicht an. Bei den Strängen und die Frommen fühlen sich von diesem Mann auf den Arm genommen, haben Angst um Traditionen, sehen Gesetze in Gefahr, bestehen auf ihren Positionen. Weil's noch niemals anders war, doch ihr kommt an. Das haben wir noch nie so gemacht, das war noch nie so und das wird auch niemals so sein. Diese Sätze höre ich manchmal in Gemeinden, die nicht bereit sind, Veränderungen in Kauf zu nehmen. Die nicht bereit sind, sich auf das einzustellen, was heute angesagt wäre und angesagt ist. Doch genau darum geht es. Dass wir uns auf die Menschen einstellen, denen Gott heute auf ganz besondere Weise begegnen möchte. Auch in Zeiten des Corona, dass wir neu darüber nachdenken, was macht eigentlich unser Menschsein aus? Was könnte uns beleben? Was könnte uns helfen, eine neue Vision auch für unsere Gesellschaft zu entwickeln? Und dass wir als Christen darauf hinweisen, was uns Hoffnung macht, was uns Mut macht? Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Angst, doch siehe, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet doch, dass es ganz normal ist, dass wir Angst haben, denn das sagt sogar Jesus. Ihr habt Angst. Also stellt euch diese Angst. Aber dann lernt doch anders mit dieser Angst umzugehen, indem ihr mich und meine Botschaft in den Blick bekommt, mir in dieser Welt nachfolgt und lernt anders mit euren Ängsten umzugehen. Er kommt an und kommt nicht an, deshalb kommt er an bei denen, die von allen abgetan und die Liebe sich ersehnen. Er bleibt stehen, geht nicht vorbei, sieht den Armen und mich blinden, den Gebundenen spricht er frei. Wer ihn sucht, den wird er finden, denn er kommt an. Das wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass Gott auf der Suche ist nach dir und dass er dich auch findet in deinen einsamen Momenten und dass du spürst, dass du dich an ihn wenden kannst, dass du ein Gebet sprechen kannst. Es ist ja in diesen Tagen viel die Rede davon, dass wir oft die Hände waschen sollen, 30 Sekunden lang. 30 Sekunden dauert ein Vaterunser. Und vielleicht ist es eine schöne Idee, dass wir jedes Mal, wenn wir uns die Hände waschen, auch das Vaterunser beten. Herzliche Einladung, morgen wieder dabei zu sein, am Mittwoch. Da wird es um das Lied gehen, Sei behütet auf deinen Wegen, das kennen viele schon, ein Segenslied und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ich meine Gedanken zu diesem Segenslied äußere. Seid behütet, euer Clemens Bittlinger. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020